Musik Ich grüße Sie ganz herzlich zum 4. Advent mit dem Wochenspruch aus dem Philippabrief. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Ich lebe gerne im Advent, vom 1. zum 2. über den 3. und 4. zum Heiligen Abend. Da zähle ich die Kerzen auf dem Adventskranz, freue mich an jeder Einzelnen und warte doch sehnsüchtig darauf, dass endlich Weihnachten wird. Die Welt, sie hat sich in diesem Jahr besonders verändert. Die Krisen der Welt haben uns eingeholt, aber auch einige von Ihnen haben ganz persönliche Krisen im Leben bewältigen müssen. Oder belasten sie auch jetzt. Trotzdem liegt über dieser besonderen Zeit etwas Neues, anderes. Mit Namen kann ich es nicht nennen und selbst wenn es mir gelänge, das Eigentliche könnte ich nicht fassen. Es ginge verloren in dem Augenblick, da ich es in Worte und Begriffe zwängte. Die Weihnachtsmärkte laden zum Schauen, Träumen, Erinnern und Verweilen ein. Choräle werden gespielt, Lieder vom Kommen des Christuskindes, von der tiefen, ungestillten Sehnsucht der Menschen nach Heimat, nach einem eigenen Ort in dieser Welt, nach Ruhe und Frieden und ganz gewiss auch nach Liebe. Seltsam, dass wir uns das anhören, vier Wochen lang. Wir alle, auch die Spötter. Manchmal brummt einer und mag es nicht mehr hören, sagt er. Aber in seinen Augen sehe ich die zaghafte Hoffnung, dass es doch noch einmal so werden möge, wie er es sich erhofft hat, auch für sein Leben. Die Abende in dieser Zeit werden länger und länger. Wir finden zusammen, erzählen und warten, warten auf das, was kommen soll, auf den, der kommt. In unseren Ahnungen und unserer Sehnsucht meldet er sich. In unserer Ruhe, unserem Reden und Schweigen gewinnt er Raum. Behutsam führt er uns zu uns selber, zu dem Mensch, der wir sind. Und plötzlich wissen wir, was uns fehlt, wem wir nachrennen und uns entgegensehen. Dem Menschen, der wir sein sollten und sein könnten. Dem Menschen, wie ihn Gott gewollt hat. Wir erfinden das jetzt deutlicher als sonst und sind empfindlicher, brauchen Nähe, Wärme. Und wir spüren zugleich intensiver die Kälte in unserer Welt, können nicht vergessen die Hassausbrüche gegen Völker, können nicht verstehen, warum der wirtschaftliche Schaden, den wenige anrichten, auf die Schnelle von der Allgemeinheit getragen wird, während es an Geld für so manches soziale Projekt fehlt. Da ist Vertrauen verloren gegangen. Ja, wir spüren gerade jetzt im Advent die Kälte empfindlicher, auch die Kälte, die wir verbreiten und bitten um Befreiung, hoffen noch stärker auf den, der kommt. Es ist gut, dass er kommt zu mir in meine Welt. Vielleicht steckt in unserem Sehnen und Ahnen, in unserem Warten und Hoffen, ein Rest des guten Kinderglaubens, der von ihm so viel erwartet und mit Recht erwarten darf. Der Wochenspruch spricht das aus. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Das ist die verborgene Melodie, die hinter allem schwingt. Der ist nah und schon immer gegenwärtig in unserer Mitte, dessen Weg von Krippe zum Kreuz gutes Leben beschreibt. Er will dem Tod ein Ende machen, dem Tod, der das Gesicht der Einsamen, Verlassen, der Gequälten und Gefolterten trägt. Dem Tod, den wir alle in uns tragen und der uns immer wieder die Freude am Leben nimmt und mürrisch oder resonierend unsere Tage zubringen lässt. Frei und erlöst könnten wir leben in unserer und für unsere Welt als Menschen, die endlich wieder zu Gott und damit zu sich selbst und den anderen gefunden haben. Wie wäre sie dann, unsere Welt? Wie viel wärmer, heller und freundlicher? In unserer Kirche, in unserer Gemeinde treffe ich immer wieder Menschen, die diese Welt und ihre Menschen nicht aufgegeben haben, die trotz mancher Misserfolge vom Frieden reden und für den Frieden eintreten, weil sie von einer Hoffnung getragen ist, die über den Tag hinausreicht. Es ist schön, dass es das gibt. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten vierten Advent und eine friedvolle Woche. Machen Sie es gut.